Ein Mercedes-Benz C180 steht hier zum Verkauf. Die graue Limousine hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 23.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Die Limousine bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einpackhilfe, Bluetooth, Tempomat und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 156 PS. An das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.